Hallo YouTube und Willkommen zurück zu Etterraria Höh? Bei mir ist das jetzt richtig rot hier, voll komisch Warte mal kurz Wir müssen drei von den Dinger zerstören, dann kommt die Ah, jetzt ist es normal, okay Hast du gehört? Ja, ich habe noch einen Life Crystal Ja, du... Ja, aber drei freie, ne? Wie viel Life hast du? Höh? Alter, kam doch ein Bowler in mein Gesicht Wie viel Life hast du? Ah, okay, cool, danke Äh, 220 220 220? Hast du jetzt den Life-Dings nur benutzt, oder? Jaja Nein, das habe ich nicht Wie viele Dinger von diesem, was sie brauchen? Ja, nein, mein Goldcoin Komm, wir gehen den holen Ich warte auf dich hier, okay? Ja? Ja Wie viele von den Dingern hast du jetzt, die wir brauchen, um das zu kaufen? Acht 1 Da müssen wir die Dinger gar nicht zerstören Weil, wenn wir das zerstören, dann müssen wir Untergrund gegen den Kämpfen, nur das wäre ein bisschen behindert Ja Ich glaube, World of Cthulhu hat irgendeinen Haken, weil das hat voll wenig Leben und macht voll wenig Schaden Wie ein Haken Ja, das ist halt Das ist irgendwie so scheiße, das ist schlecht, also ich glaube, das kann irgendwas Gutes Tod Du bist tot, ne? Ja Oh Junge, ich hasse dich, ich bin nie mehr in Terraria-Reviki rein Ich war noch fast bei dir Ich bin nie mehr in Terraria-Reviki rein, also komm schon mal anstehen Oha, ich bin fast tot Wartest du bitte jetzt an der Stelle auf mich? Ja, ich weiß ja nicht genau, wo du wolltest Ah doch, da unten Ja, okay Ich will mein Goldcoin wieder haben Ja, wir können ihn doch jetzt holen, weil bist du dumm? Ne, der ist aber dann weg Oh, ich war in die Fresse Wartest du? Ja Ich bin fast wieder tot Situation ich bin fast wieder Ja, es geht besser Ja, es geht praxis Ich war mir nicht so, wenn euch ein feedback Und das ist alles Das还是 wirklich Da glaube ich, dass INSISTENT Eigentlich gar nichtsあり framed Was hast du von Dings? Ich baue heute Eisen ab Hilfe! Ah, das ist gleich tot ALTO! Ein Leben! Wo war das? Hier, nimm mal Life Crystal Ja, kommst du mir zu, weil... Okay, ich hab noch ein Blatt in drei Noch ein Blatt in drei, wie fährst du? Zehn Drei, noch zwei brauchen wir Na, lass erst mal die Käfi zu Ende machen Warum? Ja, ich will mal gucken Wir waren noch nicht ganz fertig Und ich will erst noch mal... Alter Das ist überhaupt nicht dein Goldkönig, du bist voll behindert Wieso? Du meinn auch, ihn aufgesammelt hast Ja, Jungen, egal Ich hab den aber getroppt diesmal Deswegen sag ich meine auch Ich muss mich wieder heilen Oh nein, da kommt ein... Hey, wo lang geht's? Da kommt ein Furz, Junge Halt dich! Tö Junge, du bist so behindert, wenn ich jetzt sterbe, Junge Komm, hilf mir Das war ein Spass, Alter Das war jetzt schön Das war voll die geile Aktion, Alter Kommst du? Nein Wieso? Kein Bock Warte, wie viel hab ich denn? Ich hab zwölf Reicht das? Du musst den Goldkönig holen Ich hab den Oh, da unten ist aber noch ein Life-Crystal, den will ich haben Den hol ich noch schnell Ja, hier ist noch richtig geile Cave, ne? Komm mal bitte Nein Ey, hier ist so ein Ding, soll ich mal kaputt machen? Ne, mach mal nicht Warum? Das kommt mir später gebraucht, mach mal nicht Ich kann das eh nicht kaputt, wenn ich hab gehört gehauen Du hast keinen Hammer, ne? Ja Das ist auch nicht normal, Alter Der erstellt sich keinen Hammer Der normale Mensch erstellt sich am Anfang einen Hammer Nein, der macht einfach gar keinen Junge, die Cave ist so geil, ne? Warte Komm mal Warte Kommst du? Ja Ja Außer du machst mir mal so berat Nein, mach ich nicht Ich wollt mal einmal kurz, weil jetzt vielleicht eh gestorben So ein Ozzo, Alter Ja Entschuldigung, der steht da Elflos Von drei Spielenden umgeben nun wie dunkel es ist das war früher nicht so kann sein wo habe es da ist backcrawler an der oberfläche ich brauche also junge sterbe ne ich greifen drei spinnen jungen übertreiben die schlafen hat sechs überhaupt weggelaufen jungen kommt darauf zumal zwei wurde ich hab dir wie ein bus ausgeben bin ich ausgeglichen war es eigentlich nicht mehr ich stehe hier also ich bin ziemlich tief unten nur das sogar mit dem umbrella ist die ganze zeit durch die kälte durch muss ich bleibe nie im Boden ich komme ein bisschen hoch das ist so geil nur das ist so geil ich kann mal den Boden geholt vom cave eingang ha ha jetzt loser komm jetzt wo sind meine steine oh nein wo ist meine steine aufgehoben das ist immer wenn ich aus dem fenster rausgehe und in terraria wiki gehe dann werbe ich mal Sachen rum will sie wieder haben nein gib mir nicht später weg dort ach hier in diese herzen ne das sind doch drei stück ne aber wir machen erstmal die cave ne hier ist auch wieder normale cave das ist teilweise auch gut warte komm mal obwohl wie viel leben hast du 240 ja ok bin ich dran du warst lieber schon ne ne ich hab nur hingeschossen hier in die umgebung also hier unten war ich noch nicht hier rechts ist gehts weiter ich weiß noch mal dass ich dieses ding ja aber sollen wir nicht hier runter gehen warte ich mache hier noch eine öffnung mit der höchsten ich vergesse immer dass ich dings hab diamond hook nutzen irgendwie gar nicht ich muss den mal nutzen oh hier ist Kiste darf ich die aufmachen wenn du erst da ist oh Junge fick dich mal du hast schon reingeguckt weiß es nein ich hab nicht ich schwöre bitte die mal bitte was da drin nur Scheiße Rash Band of Regeneration das ist immer abwechselnd ja nur Scheiße unten Iron Bass ah ne Kacke und da alles also das geht voll tief wie viele Gold Coins hast du zwei Zwei okay hey nimm doch Statuen mit die haben wir schon ja ich mein schon ich mein nicht was so nimmst ja auch nie irgendwas mit ne ja was will ich denn mit den ganzen Sachen da die brauch ich alle nicht Band of Regeneration kannst du in deinen Slot da tun reichst ne das ist mein altes ich hab das gerade ausgetauscht gegen das was ich gerade gefunden hab achso ich hab jetzt alles voll aber das hat er nämlich noch ich hab keinen Platz mehr vor ich weiß nicht wie was das draußen soll ich hab noch Platz mehr vor ich weiß nicht wie was das draußen soll was denn das slowly regenerates life na egal keine Lust warum bin ich eigentlich immer nur Scheiße ey wir konnten hier nach rechts gehen ja die Töte hin ach das ist so ein Ding ich glaub das Ende kannst du an das so unten weiter geht warte ich mach mal wieder Minimap an ich hab die Ahnung weiß nix na lass Dings hochgehen und dann craften und dann das Ding kämpfen ja warte ich liess mir noch kurz davor durch wenn du wartest auf mich was ob das ob das stark ist ok nein jungen lass einfach kämpfen du musst noch nicht jede kacke durchlesen ja ok ja wenn wir sterben ist ja egal ich weiß auch gar nicht es kann aber was anders was falsch machen beim spawnen wenn wir das irgendwo spawnen hat und man kann das dann nicht spawnen lassen weil das wird ziemlich behindert soll ich mich nicht durchlesen ja dann guck okay aber warte erst wenn du bei den Dingern sind dann kannst du hier ist doch noch was oder ja hier gehts weiter ja nicht viel ja nicht viel ja nicht viel warum leuchtest du eigentlich nie aus ich nehm mir mal ne Fockel mit ja das ist aber scheiße warte mal mein Ohr juckt so guck mal hier kein Spiderman Spiderman oh hast du gesehen? nein ok Spiderman Spiderman geh mal weg hier ja ich bin jetzt tot echt? nein ich hab gedacht Junge du bist da hoch gekommen war da gerade noch oben ich bin jetzt tot Junge danke wie kommst du da hoch? oh ne alter hör auf nicht zu nerven oh na ah ich mach ganz klar gerade ordentlich dumme Spiele warum? mein Ding ist zu dumm guck mal so endlich boah das war knapp geil ich hab grad grad so nicht im Zoo aber hätt ich schnell mein Umbrella genommen und hätt das voll safe gemacht hier sind doch die Dinger hallo, warum müssen wir stehen? hallo hier jetzt guck ich nur jetzt halt mal falls ich was hinfallen lass dann hebt das was soll ich denn damit machen? was craften? ja da kann man doch gar nichts draus machen doch ah bloody Spine ja so ich kann kein Englisch Junge das ist voll kompliziert ähm du bist tot wirklich? nein hey Junge Junge bist du doof? was denn? du holfst grad Granaten du doof Hä? das macht das kaputt? was ist das für ein Ohr? das hast du grad aufgesammelt äh crimstone block die braucht man nicht toll hier ist ne Cave ich geh nochmal kurz rein warte mal kurz warte mal kurz nein geh da bitte nicht ran beschützt mich warte warte nicht rein gehen Tenna nur kurz ganz kurz oben gucken wenn ich jetzt sterbe wegen dir ne naja guck mal kurz Leute hier gehts richtig weit warte warte du bist so ein Mongo ne ne hier gehts doch nicht weit komm jetzt bitte komm jetzt bitte ja so und gehts auch weiter warte kurz nein Scherz jetzt mach mal was geht das Junge dieses Gamepedia ist so schlecht Junge hier steht gar nichts das ist jetzt egal komm ich denk mal das muss man in der Nacht sporen lass nach Hause warte man kann das mit dem Crimson machen geh nicht nach Hause dann lass hier machen in der Nacht weiß ich nicht ja dann komm lass gehen warte doch mal bevor die zwei Spinnen da kommen ich bekomme das mal nach hier steht irgendwas komisches man ich weiß nicht ob man das am Obergrund machen kann Junge hör doch mal auf damit ist eigentlich schon ein neuer Part nein wetten ich hasse dich Junge Junge schau dich oh Junge ich will hier mal Kaka die spielt einfach nicht ne ja ist doch egal jetzt komm das ist nicht egal du bist doch behindert ne eine Oberfläche in Crimson ich mach so lange mal Aufnahmen stopp ich gleich mach jetzt auch immer wieder an also das ist wieder rot ja jetzt gut oh nein jetzt muss ich wieder Dinge so rausholen nein ich sterbe ja puh okay wir müssen das beim Crimson machen aber wir hätten keinen Bock hoch zu latschen und ich tröde erst in Goldwisch ich hole dich noch auf Junge ich bin grad meinem Inventat Mongo du laberst so gelaufen ich bin neuer ich bin neuer werfe Sachen nimmel das wär eben geil wo ich die Dings geworfen hab die Bombs ich dachte ich bin jetzt tot aber das ist ja nur bei den Granatenzong äh lasst noch zwei Minuten warten weil dann ist der Part zu Ende na lass einfach jetzt Part Ende machen nein doch okay so ist nekbar tschüss ich bin neuer alles oder das ist immer